Hallo Leute hier ist wieder euer Pitbull. Ihr wisst ja da ich nicht streamen kann deswegen hau schalten let's play raus leute ich bin takedown los geht's wir haben das beste draußen machen hier zu spielen wir machen einfach einzelspieler training brauchen wir nicht wir machen hier gleich das und let's go na ja es gab einen einfach so angriff bin ich und wir legen los mal schauen wie das wird leute ok leute ist er hinter mir du wir jetzt schon wissen nicht hier aus und einsatzkommando und wir müssen jetzt hier um zu suchen das ding gebäude zu mehr sogar evakuieren zwar eine scheiß waffe ich denke habe ich konnte nicht getroffen ach ich treffe ja nicht immer das war ein treffer da war ein treffer gott kann ich sagen gehen wir vor wow ok man am boden nein er musste von uns gehen shit what krasse typen das sind krasse typen sehe ich den von hier aus irgendwo kotinnen gehe ich lasse gehen 손 geht komm komm her her ョ Ja, Kollege, meine Fresse, da sind zwei Verluste hier, nein, Kollege, Verluste ohne Verluste, meine Fresse, okay, wir sind jetzt noch zweit. Sehe ich, wir können nur so jetzt ein bisschen gucken, alter Schwede, war das knapp, sie war auch schon gar nicht gefasst, komm hinter, genau, komm mit, komm, Kollege. Alter Schwede, ist das krank. Okay, da liegt der, ne? Der habe ich kontaktiert, vor uns getroffen, wo ich sie ja noch da runtergefallen habe. Äh, kommst du mal mit, oder? Ich wollte gerade sagen, komm mit, mein Freund, du spinnst du. Das war ein Klickstrappe. Genau, hier ist noch einer. Gib her. Wow. Mann. Ja. Da ging nichts. Da waren wir alle, es wird gestorben. Na ja. Mauer noch nicht, oder? Na ja. Mauer noch nicht, oder? Ich muss suchen das beste Nummer. Komm, lass dich mal, pass mal auf. Ich will ja scheiß Waffe wieder. Mach mal hier vor... Füß. Keine Ahnung. Tee? 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 Schleichen und nicht so rumhuppen. Das war der erste Traffer. Leute. Zweiter Traffer. Gefallen stampft man nicht so rum hier. Ja, bleib mal bitte ruhig. Alter, schweilt er aber weg. Nächste weg. Wie ist das denn gestorben für uns? So, nächster war weg. Geh mal hier rein. Oh, da hinten ist die Tür offen. Das ist gar nicht gut. Vielleicht habe ich das überhaupt noch. Zweiter. Wow. Geht er aber auch weg. Okay. Okay. Gut, das haben wir geschafft. Ich muss sagen, gehen wir jetzt mal weiter. Alter, ist das krank. Den haben wir. Ich muss kurz nachladen. 102 Leute haben wir, passt das. Das Büro ist sauber. Geh, 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 geh. Der war tot gewesen. Das Büro ist sauber. Alter Schwede. Zurück, zurück, zurück. Zurück, zurück. Der Wurf weg. Gut, hier ist keiner mehr. Alter Schwede. Ich komm hacken, hacken. Passt auf Leute. Gebt mir Deckung. Feuerschutz. So, ist das auch mal gehackt? Kommt. So, jetzt räumen wir oben auf. Nein! Komm! Komm! Fuck! Der wird vielleicht liegen. Bruch weg. Komm, komm, komm. Wir sind alleine noch. Jawoll. Komm! Wir sind alle. Als Ding ist, die Jeepen können überall sein, hier haben wir eine Bombe. Ich bin alleine, scheiße. Mö celebrating. Möamam! Siehe, siehe. Fuck. Ich bin komplett alleine. Dass die Sache trotzdem einfacher macht. Es muss noch irgendwo was sein. Es gibt mein Kollege. Alter, fuck. Wie viel leben hier denn noch? Ich weiß nicht, ob ich das raus muss oder ob ich was machen muss, will ich grad nicht. Gucken wir kurz nach, ähm, entschärft die Bombe im Eingangsbereich, hackt den Serverraum, entschärft die Generatorbombe, oh was, na gut, okay, wir gehen nochmal rein, ich war 13 Schuss, also, erstens 13 Treffer wir ab, der war weg. Ich bin so gut wie tot eigentlich. Im Eingangsbereich. Der kann doch hier unten sein. Aber trotzdem haben wir's gut gemacht. So Leute, das war's am Ende, let's play, wenn's euch gefallen haben soll, lasst mir einen Daumen da oben da, dann bis später, euer PitbullTV, ciao, ciao.